Für die Bayern-Mannschaft was ganz Besonderes, sich hier eben mit den Besten messen zu können. Der BVB überraschenderweise in schwarz-gelb von links nach rechts. Hier am Ball und im Aufbau. Man glaubt ja, hier müssten wir den Namen ja richtig für den Cup-Titel aufeinandertreffen. Das ist ein einziger. Der FC Bayern München, die hat 2010 der einmalige Cup-Gewinn. BVB dreimal im Endspiel gewesen, 2007, 2018 und 2019 dreimal das Endspiel verloren. Das Bayer-Leverkusen-Syndrom für den Freeway Cup-BVB. So, erste Möglichkeit hier durch Dennis Hoffny. Da ist er nochmal. Wunderbar. Schön rübergelegt. Bayern starten mit einer ganz feinen... Der BVB. Starkes Dribbling hier vom quirligen Fritz Fleck mit der Nummer 7, dem Blondschopf. Den könnt ihr euch schon mal merken. Final Technica. Ein Foul an Dennis Hoffny. BVB im Aufbau. Jonas Feddersen. Tiefe, tiefe, tiefe. Tiefe, tiefe! Tiefe, tiefe! Tiefe, tiefe! Tiefe, tiefe! Tiefe, tiefe! Das ist hier. Das ist der angesprochene. Fritz Fleck. Besuch des Spiels über die Bande, aber Aaron Heldt. Entschuldigung, das war Leon Herdes. Nicht die Eins im Tor, sondern in diesem Spiel Leon Herdes. Der Keeper beim BVB. Lillis Ofli und Leon Klanak. Aufbauspieler bei Bayern. Das ist ein Doppelpassversuch von Fleck. Überhauptet, Aufbauspiel. BVB da und den langgewachsenden Kapitän Jonas Feddersen. Ball noch mal, Fleck kommt heran. Spiel über die Bande, aber dann war Joshua Bustette nicht schnell genug nachgerührt. Wieder die Bayern. Starke Technik auf engstem Raum hier. Youssef Nazare. Auch den können wir uns merken. Das ist ja das Schöne auch am Samstag. Das kennenlernen der Mannschaften. Volles Risiko hier. Und genau, ich glaube der Ball war über die Linie. Deswegen Handspiel. Freistoß für den BVB. Leon Klanak mit ordentlich Schmiermittel ausgestattet. Und deswegen noch über die Linie rübergerutscht. Korrekte Entscheidung hier von Eike Schäfer von Tustinger. So, Ball ist frei. Schussversuch von Tim Degenack. Bei den Bayern gab es einen Trainerwechsel im Winter. Daniel Weber, 49 Jahre, Interimstrainer bis zum Sommer. Der bisherige U16-Coach Peter Geiderhoff ist ab sofort neuer Co-Trainer der U19. Weber eigentlich beim FC Bayern, Koordinator für den Aufbaubereich. Und während ich hier quatsche, das 1 zu 0 für den FC Bayern München. Torschütze die Neuen, Simon Zölz. BVB versucht wirklich schnell zu antworten, aber der nächste U16 setzt sich hier nicht durch. Ballbesitz Bayern München. Das ist eine Regelkunde für den Keeper. Also Daniel Weber, Koordinator im Aufbaubereich, Interimstrainer bis zum Sommer. In Bayern lange Jahre bekannt war, war ein VfL Gaching aktiv, führte den Klub von der Bezirksliga bis in die Regionalliga Bayern. Also schon ein Name im Fußball. Und jetzt eben für den FC Bayern München tätig. Weiter ab Wofür, nächste Offensivaktion durch Tim Degenack. Und der nächste Freistoß für die Bayern. Langer Ball gibt es die Kopfernmöglichkeit. Langer Ball ist der Ballverlust von Degenack. Deswegen die nächste Angriffsmöglichkeit für die Bayern. Sechs Minuten noch auf der Uhr, weiterhin 1 zu 0 Führung für den FC Bayern München. Bayern mit mehr Ballbesitzphasen, etwas kontrollierter. Blockwechsel jetzt beim FC Bayern München. Die Zeit ganz gut nutzen. Dortmund dann jetzt der erste Block wieder vom Beginn des Spiels. Auch unter anderem mit dem Kapitän hier im Bild, Jonas Feddersen. Freistoß ausgeführt hier für die Bayern. Der Ball ist ein auffälliger Aufbauspieler für die Münchner. Denny Soffli übrigens auch Nationalspieler für die U16 Deutschlands. Gerade im Tennis lag in Spanien gewesen. Genau wie der Mannschaftskollege, der gerade am Ball war. Leon Klanak auch eher U16-Nationaltorhüter. Fehler im Aufbauspiel, jetzt große Möglichkeit und dann stark reagiert. Vom BVB-Torwart Leon Herdes. Nächste Schussmöglichkeit. Er hat noch kein Abschlussglück. Fritz Fleck. Gefährlichster Dortmunder Spieler noch ohne Zielwasser. Bayern in Summe, aber gefährlicher. Das ist Ulawesi-Wilson mit der 13. Freistoß. BVB. Da haben wir Dortmundskeeper Leon Herdes. Starke Paraden schon gezeigt. Hier gerade im 1 gegen 1. Stark. Freistoß BVB. Das Fälle sind sehr hochgewachsene Kapitän am Ball. 16 Jahre jung. Dortmund hat er jetzt auch den Torwart gewechselt. Aaron hält jetzt also. Tor beim BVB. Ungewöhnlich. Das Versuch hier wieder auf Fleck. Frank Ferdersen. Auch für die Mannschaft ein erstes Randtasten, ein erstes Gewöhnen. An die Halle, an die Gegebenheiten. Insgesamt etwas weniger Torraum sehen, als im ersten Spiel. Hier die vier Sekunden überschritten. Das ist, wenn der Torwart den Ball länger als vier Sekunden hält. Und der Ball wechselt zurück. Denn auch der Wechsel dauerte zu lange. Alles geklärt. Letzten zwei Minuten der Partie. Schafft der BVB noch mal den Ausgleich. Die Bayern sind insgesamt ballsicherer. Nicht alles immer hochgradig gefährlich, aber schafft uns die Dortmund da ganz gut. Weg vom Torz. Also klasse Ball jetzt auf den Mittelstürmer. Auf Simon Sölz. Ab und Versuch. Ball sofort wieder bei Bayern. Sölz haben wir mit der Mürdigkeit. Und den 2 zu 0. Und der Wohl-Vorentscheidung in diesem Spiel. Verdient. Unterm Strich. Verdient. Oh, die Riesenmöglichkeit. War ein schneller Gegenangriff. Riesenmöglichkeit für Julian Drinke. Zwei Meter den Ball übers Tor. Hier spielst du. Die letzten 55 Sekunden der Partie laufen. BVB bräuchte jetzt den schnellen Anschluss, um noch mal. In Schlagdistanz zu kommen. So. Jetzt noch mal die Mürdigkeit. Zwei gegen die Einzige Ballzahl Situation. Unsauber gespielt. Gibt es noch mal den Abschluss. Ah, kriegt den Ball nicht verarbeitet. Tim Degener. Noch mal Druck an der Bande. Gibt wieder Freistoß für die Bayern. Das dürfte es gewesen sein. Noch mal die vier Sekunden überschritten. Zeit ist wieder angehalten. Große Mürdigkeit jetzt noch mal. Abschlussversuch, geblockt. Julian Drinke. Der Zweigammer noch mal an der Bande. Dürfte Freistoß für den BVB geben. Ja, gibt es auf 19 Sekunden. Es müsste jetzt das Tor fallen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Musik im Spiel. Ah, wieder geblockt. Die Bayern sind aufmerksam. Die Bayern gewinnen dieses Spiel verdient. Gibt es noch mal die feine Klinge. Nein. Auch kein Handspiel. Tim Degener reklamiert dann noch. So langer Abwurf noch mal. Aber der Ball geklärt. Von Diego. Nambia. Das war's. Der FC Bayern München mit 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Wir sind gleich wieder da.